Hey, 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 wenn das deine große Liebe ist, dann ist es wohl am besten, wir sagen schnell auf Wiedersehen. Denn was eine große Liebe ist, wirst du erst später verstehen. Du redest große Dinge, doch dann holt dich Jochen ab, du wechselst mit mehr Ringe und gehst mit Jörg zum Fußballcup. Wenn das deine große Liebe ist, dann hast du auch schon andere geküsst. Du bist ein reizendes Mädchen von 17 Jahren, du bist mein Typ in Person. Doch hab ich leider so vieles von dir erfahren, drum lass ich die Finger davon. Wenn das deine große Liebe ist, dann ist es wohl am besten, wir sagen schnell auf Wiedersehen. Denn was eine große Liebe ist, wirst du erst später verstehen. Du redest große Dinge, doch dann holt dich Jochen ab, du wechselst mit mehr Ringe und gehst mit Jörg zum Fußballcup. Wenn das deine große Liebe ist, dann hast du auch schon andere geküsst. Wenn das deine große Liebe ist, dann hast du auch schon andere geküsst. Geküsst? Geküsst? Geküsst?